Fahnda Binaat, Fahnda Binaat, Fahnda Binaat Last night I found a peanut, found a peanut, last night Where'd you find it, where'd you find it, where'd you find… Dort sah du es letzte Nacht, der Nacht, in der Wolké, 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 Die Nacht fand ich roten, fand ich roten, found ich roten, found it roten. Last night, last night I found it rotten, found it rotten, last night ate it anyway, ate it anyway, ate it anyway, last night, last night I ate it anyway, ate it anyway, last night. Naja, steht da so nicht. I felt sick, I felt sick, I felt sick last night, last night I felt sick, I felt sick last night. Called the doctor, called the doctor, called the doctor last night, last night I called the doctor, called the doctor last night. Went to heaven, went to heaven, went to heaven last night Last night I went to heaven, went to heaven last night Didn't want me, didn't want me, didn't want me last night Last night they didn't want me, didn't want me last night So, ich bin arbeitssuchend und lese daher aus dem Arbeitsrechtshandbuch von Schaub und ich bin angekommen bei Unionsrecht und Arbeitsrecht, um den Paragrafen 4 beurteilen zu können. Das lese ich aus dem Oxford University Press Verlag, European Union Law, herausgegeben von Catherine Bernard und Steve Pears. So, ich bin im ersten Kapitel, Chapter 1, Section 2, Development of EU Law. Das ist written by Catherine Bernard und Steve Pears und ich lese mal so einen ganzen Absatz vor. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Absätze und dann ist Section 2, Chapter 1, Chapter 1, Section 2 zu Ende. Nachdem ich den ganzen Absatz gelesen habe, versuche ich das satzweise zu übersetzen. Gut. Discussions are now on the way for ever closer integration of member states. Economic policies and greater political control of those policies by the EU institutions, at last in the case of Eurozone states. The centripetal forces at play point to ever greater centralization at the very time when citizens in a number of countries are calling for a repartiation of powers to the member states. The tension between the needs for effective governance of the European project while respecting state autonomy and diversity at national level has taunt the EU since its inception. For some, this tension is creative and leads to better solutions in the longer term, preventing the EU from overreaching itself. For others, it has handicapped the EU and its ability to respond to the crisis. The German refusal to agree to Eurobonds, the joint pooling of some or all of the Eurozone states, government debt, widely seen as an important pillar in resolving the crisis, is a case in point. The German refusal wholly comprehensible in terms of domestic politics shown that neo-functionalism is too simplistic, a theory to describe the complex interactions in the EU government. Governments, particularly in Germany and France, continue to call the shots when it really matters and this intergovernmentalism is reflected in the role of the European Council, now one of the most important EU institutions. Governments, good. A few thoughts on more supposed to occur. So. Let's take a look. First of all, we get to coffee. Buns huge. 一杯. Un FPS. Und. A few. Un. 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 Discussions are now underway for ever closer integration of Member States economic policies and greater political control of those policies by the EU institutions, at least in the case of Eurozone states. Discussions are now underway for ever closer integration of Member States economic policies and greater political control underway. On the stent, on the used, on the were, on the water underway, underway underway underway. I did lose my way at 20. 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 Gucken wir mal in den Größen. VIRGINITY VETERANS VALENCE ELECTRON UREL COLD UNPRONUNCEDUL UNRESETT UNDER THE JOKE, UNDER THE WEATHER, UNDER THE ROAD, UNDER THE ROAD, in progress the meeting was already underway into the operation or motion to get the found drive underway also on the way zone discussions are now underway for ever closer integration of member states economic policies and greater political controls of those policies by the EU institutions diskussionen sind bereits auf den weg gebracht die diskussionen eine immer enger währende ökonomische integration der mitgliedstaaten betreffend sind bereits auf den weg gebracht and greater political controls of those policies by EU institutions mit größerer politischer kontrolle dieser politik durch die EU institutionen at least in the case of the eurozone states zumindest im falle von eurozonen staaten also von den staaten die den euro eingeführt haben so the centripetal forces at play point to ever greater centralization at the very time when citizens in a number of countries are calling for repatriation of power to the power to the member states die centripetalen kräfte die zusammenführenden kräfte zeigen auch zu einer zeigen auf eine immer größer werdende zentralisation auf eine immer größer werdende zusammenführung gleichzeitig at the very time when citizens in a number of countries are calling for repatriation of power to the member states und gleichzeitig fordern einwohner in einer ganzen reihe von ländern eine rückkehr zur zum patriotismus der den mitgliedstaaten macht zurückgibt so kann man es glaube ich übersetzt so this tension between the needs for effective governance of the european project while respecting state autonomy and diversity at national level has taunted the EU since its inception so diese spannung between zwischen den bedürfnissen einer effektiven regierung des europäischen projektes die gleichzeitig die staatliche autonomität autonomie und vielfalt auf einem nationalen level respektiert has taunted the EU since its inception so taunted so 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 the EU since the EU since its inception has the EU since its inception has the EU seit ihrer Einführung oder ja Einführung seit ihrem Staat gefoltert for some this tension is creative and leads to better solutions in the longer term preventing the EU from overreaching itself für einige ist diese spannung dieser widerspruch der spannung erzeugt kreativ und führt auf lange sich zu besseren lösungen die die eu davor bewahren sich selbst über sich selbst hinauszuwachsen zu groß zu werden zu wuchern for others it has handicapped the you in its ability to respond to the crisis the german refusal to agree to agree to euro bonds the joint pooling of some or all of eurozone state government debt widely seen as an important pillar in resolving the crisis is a case in point so andere für andere hat das ganze die eu gehandicapt hat das ganze die eu in ihrer fähigkeit auf krisen zu reagieren gehandicapt deutsche ablehnung der zustimmung zu euro bonds euro bonds sind so joint pooling of some or all of eurozone states government debt die vereinigte zusammenführung von einigen oder allen verbindlichkeiten der eurozone finanzielle zusammenführung finanzielle verbindlichkeiten weil we seen as an important pillar in resolving the crisis a large round stone metal or wood wooden post that is used to support a bridge the roof of a building etc especially especially when it is also decorative in stückstein widely seen as an important pillar in resolving the crisis is a case point in vielen kreisen als ein wichtiger stütz stützstein gesehen um die krise zu aufzulösen ist ein case point schlüssel schlüssel ereignis the german refusel holy comprehensible in terms of domestic politics shows that neofunctionalism is too simplistic a theory to describe the complex interactions in the eu die deutsche ablehnung total verständlich in aus der sicht der innenpolitik zeigt das neofunktionalismos zu einfach als theorie ist um das komplexe geschehen die komplex ist das komplexe zusammenspiel in der eu zu beschreiben governments particularly in germany and france continue to call the shots when it really matters and this governmentalism is reflected in the role of european council now one of the most important institutions okay call the shots heißt glaube ich so viel wie ton angebend ich mach mal gerade eine pause und bin gleich wieder da steigetisch hit ja es Vielen Dank. 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 Most important EU institutions call the shots. Mal gucken, ob es drin steht. Vielen Dank. Cool. 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 Steht da nicht drin. Regierungen, speziell die in Deutschland und Frankreich, beanspruchen einen Führungsanspruch, wenn es, oder geben den Startschuss, irgendwie sowas in der Richtung, wenn es wirklich darauf ankommt. Und dieser Intergovernmentalismus ist reflected in the role of the European Council, findet sich wieder in der Rolle des Europäischen Rates, das heißt, glaube ich, so auf Deutsch, wo die Regierungschefs sich treffen. Jetzt mittlerweile eine der bedeutendsten EU-Institutionen. Okay, das war der Absatz. Ich muss nur kurz Pause machen. Das Ganze ist anstrengend. Ich hole noch einen Kaffee. Ich hole noch einen Kaffee. Ich hole mich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich lese einfach nur, ne, ich höre einfach ganz auf. So, tschüss.